Ich hätte ja noch sicher abfahren können, weil du sagst, du musst springen. Erst in dem Moment, wo du sagst, du musst springen, das realisiere ich erst, dass du gar nicht da sein kannst, wo ich bin. Von daher müsstest du ja nicht springen, wenn sie dich erwischen lassen. Ja, stimmt. Das heißt, die müssen woanders sein oder ein anderes Team. Dann habe ich ja gesehen, wie der Grat der Zweite über den Hügel rennt. Aber da war es halt zu spät. Battle Royale. Wähle einen Einstiegspunkt für dein Team. Das Gas willst du nicht einatmen. Stoße zur Sicherheitszone vor. Aufgepasst, Leute. Geldlieferung im Anflug. Sichert die Fracht. Ich bin wieder eingefahren. Weiter. Ein Rundleksprung kurz. Mhm. Vorwärtskiste identifiziert. Position wird markiert. Hopp. Hopp. Okay. Feindliche Drohne ist aktiv. Markiere den Zielpunkt. Zum nächsten Gebiet und Umgebung sichern! Ich bin unter Beschuss! Wo genau hab ich jetzt nicht gesehen? Könnte vom Berg oder vom... Ok, die sind schon daneben. Das sind zwei. Das ist halt... Ich bin jetzt am Dach oben und bin gleich gehittet worden. Ja, aber warum hilfst du drunter? Ich verstehe jetzt nicht, warum wir vom Berg aus runtergehen können. Stimmt, der hätte mich nicht zu leicht tun können oben. Eieiei. Willkommen im Gulag. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Ein Kampf hat begonnen. Aufgepasst, Baldat! Du bist dran! Wenn du hier gewinnst, geht's zurück aufs Schlachtfeld. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat! Da hast du eine Abreibung kassiert. Zurück zur Base. Dein Team kann für deine Befreiung bezahlen, wenn das Geld reicht. Zu leicht alles, Mati. Mach wieder die Versorgungsstation. Am Dach kann ich dich abdecken, wenn du oben liegen darfst, aber du springst halt runter dann noch. So quasi, ja, finish mich. Tu es! Danke. Und da? Und da? Ja. Ich spring gleich zum Lodi. Schüsse. Markiere einen Sammelpunkt. Ist deine Platte überzufällig? Nehmt die Panzerung mit! Das Messerung mit! Gehen wir eigentlich zu dem Auftrag weiter, oder willst du den Berg rauf? Okay, da bist du... Ja, ist halt umsonst, ich geh drauf. Auftrag gescheitert! Ja, ich bin zu dem Spot, oder? Ja. Genau. Guck! kaputt. 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 Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Geil für den Schützen an! Gleiche schon, ob ich noch weiße. Ja. Okay, wollen wir nicht zu denen hin, also landen. Nein. Ich hab nur markiert oder was, wo sie sind. Du bist auch noch in der Luft. Das verstehe ich nicht. Warum tust du das so lange in der Luft? Falls du doch auch irgendwo hinspringen willst, welche Abfahrt? Nein, ich will nichts. Ich hab gesagt, wir springen doch hinspringen dorthin, Norbert. Okay. Da gibt's keinen, aber... Wer ist tot? Zweiter rennt da hinten irgendwo. Habe ich jetzt Büschi davor? Also zwar das, aber... Er snobbt. Hast du im Fini schon, oder? Nein, ich treffe ihn nicht. Gut. Da oben kommt dann ein zweiter. Achtung! Pass auf den Routen an uns auf! Oh, schießt auf mich. Von drüben. Wir sind alle in der Sicherheitszone! Ich muss doch frühe Callouten, dass du ihn nicht erwischt. Weil das bringt mich dann nicht erwischt. Ja, richtig. Und ich setz den Prinz hier nicht. Ich zähle um den Prinz. Er schießt auf mich von da drüben? Ja, das habe ich halt nur dann anbekommen, was ich gerade wieder gehabt. Irgendwo da drüben? Von wo genau weiß ich nicht, aber eh dort circa, wo ich markiert habe. Von irgendwo dort schießt du an... Vorratskiste lokalisiert. Position sichern! Was drüben ist er? Was da? Geil für den Ketten an Schuss! Ich würde sagen, wir gehen halt trotzdem zu den anderen runter mal. Ja. Geh du mal zum Loot? Wer ist drinnen auf jeden Fall? Mhm. Da. Bei mir weg. Geh rein. Komm, geh rein. Boah. Dass der das nicht gehört hat. Nein, zuhören. Was nicht gehört hat. Luftschlag. WC auf uns. Was nicht gehört. Das hier? Nein. Bei manchen Häusern halten wir das so aus. Nein, das wird leider nie. Nein? Okay. Nein, nie. Obertieffahrt wer? Ja. Es ist halt wieder ein anderer. Ich schau, dass ich... Okay, ich bleib im Haus. Du kannst dich später bei mir bedanken. Danke. Okay. Okay. Kann man den Job daneben noch streifen. Markiere einen Sammelpunkt. Der Gegner findet es ja. Okay. Ich würd mir gern Platten kaufen. Wenn ich dann nehme... Da hinten. Markiere den Zielpunkt. Da läuft er. Markiere den Zielpunkt. Okay, springt runter. Wenn das der war. Aber das ist auch nicht so. Ich weiß nicht, wie... wie viel Probleme ein Mensch fahren kann. Ja. Der ist jetzt behindert der da unten. zu pushen. Und das, obwohl wir ihn eh gelockt haben. Und ich ihn eigentlich finischen hätte können mit dem Brezi. Aber... Ich hab eigentlich gedacht, du... Du finischt ihn. Lass du? Weil du schießt die ganze Zeit. Ja. Da unten wieder hingesprungen sein. Weil da ist... Ich dropp gleich die Platte. Kiste. Ich kriege die Kiste. Ja, wirklich. Full. Das ist die normale Platten gekauft heute. Alter, die kann ich nicht nehmen. Da ist einer nockt. Markiere einen Sammelpunkt. Okay. Geh bitte. Die Kiste ist buggy. 6.000 für Neusch. Zack. Da unten. Markiere den Zielpunkt. Ja, ein Sniper. Der snippt. Da hinten. Markiere einen Sammelpunkt. Ja, okay. Ich komme auf die Mitte. Ich komme auf die Mitte. Ich muss nachladen. Da hinten rin da. Wir müssten mehr rechts gehen, weil links sind irgendwo welche gelandet, wenn du gesehen hast. Genau vor uns jetzt. Wo der Kist ist. Kann ich dir was sagen? Das sind wieder die zwei. Okay. Das ist so bitter. Ein Team. Genau. Scheiße. Ja. Ja. Das ärgert mich. Aber zu sehr. Ja. 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 Also einmal dich genockt und jetzt haben wir es gefinischt eigentlich. Ein Team. Obwohl beide tot waren eigentlich. Und du hast aber einfach nicht gecollert, dass du nicht erwischst. Du hast einfach drauf geballert, ohne zu sagen, ob du nicht schickst. Weil wenn du auf den Schießt, gehe ich davon aus, dass du ihn auch finischst. Warum schießt du dann drauf? Warum schießt du dann? Da hättest du einen Lupenauftrag. Ein Hütterungsauftrag. Gehen wir. Stimmt, scheiße. Ja, sehr strikt. Ja. Ah, mein Kassavisch! Untertitelung des ZDF, 2020 Oben rechts. Das sind die besten 25, fast an der Spitze. Weil zwar mehr Glück als Verstand. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht gewusst, dass es darauf geht. Letzter Einsatz geht gleich los, Zeit aufzuräumen. Ich schau, dass ich dort auch raufkomme. Da hinten sind noch zwei Gegner. Da irgendwo. Markiere den Zielpunkt. Ich komme. Ich weiß nicht, wo sie eingelaufen sind. Okay. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Blendgranate, dass sie hingekaut worden. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Noch sind wir da in der Zone drinnen, gut. Machst du dich, Gustav? Ja. Da sind auf jeden Fall Leute drinnen, da. Ja. Hol jemand die Feldaufrüstung. Zwei Stück. Ja. Ja. Ich bin gleich. Ja, ich brauche Rückblickung. Ja. Ja. Jetzt können wir es machen. Heute rege ich wirklich zu langsam. und Blut noch kaputt Da drüben rennt einer Okay, da war einer, der hat sich mit dem Ballon weggesellt Zwei da, 100% war das da Das Gas weistet sich aus Sicherheitszone verlegt Jetzt haben wir uns auch mit dem Ballon weg, glaubst Jetzt ist er mit dem Ballon raus Naja, das Feld ist so klein Wir müssen eh rüber zu Fuß Ich bin schon damit Ja, ich auch Das Gas kommt Das Feld mehr über rechts Ja, gute Idee Entlang der Zone vielleicht auch Ich bin schon wieder mit dem Vor uns, aber da kannst du ja, glaub ich, dort Nur noch fünf übrig Enten beim Auto liegt einer noch Dieses Fahrzeug gehört uns Okay, sollen wir aber jetzt nicht hinstürmen, oder? Nein, aber da wollen wir schießen Wäre meine Möglichkeit Da ist einer gelaufen Nach links Markiere den Zielpunkt Wahrscheinlich War er schon wieder Das Gas kommt näher Neue Sicherheitszone wird markiert Hier Jetzt von dir Pass hin Komm, du rennst blind Du rennst blind Auf der Seite sind welche dort wo? Markiere einen Sammelpunkt Stark Aber nicht so blind Wo hat es jetzt hinlaufen Jetzt war ich wieder hektisch Mehr fokussen, ja Mehr tun Nicht denken, mehr tun Ja Das stimmt Ich hab schon gesagt Du sollst die Kisten loot Aber die Kisten waren schon längst offen Und du hast noch immer nicht reagiert Das ist das, was mich wieder greift Entweder hast du den Loot unten wieder angeschaut Und du hast nicht gewusst, was du machst Du sollst machen Obwohl ich dir gesagt habe Das ist ein Gegner Und du selber hast gecallert Und du dort ist Party Das heißt, dort ist unser potenzieller Loot eigentlich Weil nur so haben wir jetzt gewinnen können Weil ich den seine Looter-Dorfen hatte Mit den anderen Waffen Hätten ich das nie gewinnen können sonst Ja Ja